Der 13. November. Auch heute wieder. Wie immer. Eigentlich ohne Unterlass. Ist schon gediegen. Wie gesagt, es gibt hier auf der Insel Hotels, das ist verboten auf dem Balkon zu rauchen, damit man andere nicht belästigt. Aber hier setzen wir sich einen Schornstein vor die Tür, unterhalb der Balkone. Das ist auch irgendwie eine witzige Sache. Ich finde das irgendwie genial. Ganz merkwürdig.